und da liegt ein schöner Rehbock das ist hier schaut sich um bleibt er sitzen, ich kann nicht weiter ran, da geht es schnell runter sind auch noch andere Reh dabei da hinten, bloß die sieht man nicht na, lassen wir mal was soll das sein, 60, 70 Meter vielleicht jetzt knoschen die Passionsbogen hier geht sie schon, heute haben wir den 27. Januar hier sieht man sogar noch deutlicher die Rehsporen da waren recht viele unterwegs da sind sie lang gegangen, da geht es weiter auch hier hinter gern den Weg laufen sie gut toll hier sind die Rehe auf der Wiese das andere kratzt sich da ist das super jetzt sind wir alles ungefähr 100 Meter schöner Bundspecht, ziemlich weit weg ah der hackt da auf den Tannenzapfen ein schön zeig es euch mal wie weit weg ist ganz oben im Baum toll ziemlich weit weg schön das eine steht auf streckt sich noch fühlen sie sich sicher, aber sie schauen über vaatmen ist du f das du ja w du w w Vielen Dank.